Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video über Flamingos. Schau dir dieses Bild an, siehst du den schönen Flamingo mit den langen, dünnen Beinen und den rosa Federn? Flamingos sind sehr besondere Tiere und es gibt so viel Interessantes über sie zu lernen. In diesem Video werden wir alles über Flamingos erfahren. Wir werden lernen, wo sie leben und wie sie aussehen. Wir werden auch etwas über ihr Verhalten im Wasser und ihre Familien lernen. Ich hoffe, du bist bereit, alles über Flamingos zu lernen. Also lass uns loslegen. Hast du gewusst, dass es bestimmte Tiere gibt, die in Gruppen leben und sich gegenseitig bei der Aufzucht ihrer Jungen helfen? Schau dir diese Familie an, siehst du, wie sie zusammenarbeiten, um ihr Nest zu bauen? Diese Tiere sind Flamingos. Flamingos leben in den warmen Gebieten der Erde, wie Afrika und Südamerika. Sie sehen sehr besonders aus, mit ihren langen, dünnen Beinen und ihren rosa Federn. Flamingos sind auch sehr gute Schwimmer und Jäger. Sie drehen ihre Köpfe unter Wasser, um Fische und andere Beutetiere aufzuspüren. Flamingos sind auch sehr süße Eltern. Sie legen nur ein Ei auf einmal und beide Elternteile beteiligen sich am Nestbau und der Aufzucht ihres Jungen. Sobald das Junge geboren ist, wird es von beiden Elternteilen gefüttert und beschützt. Flamingos sind auch bekannt für ihre einzigartige Körperhaltung. Sie können auf einem Bein stehen und sich dabei auf ihren anderen Fuß stützen. Sie machen das, um Energie zu sparen und ihre Körperwürme zu regulieren. Wenn es kalt ist, halten sie ihre Beine eng an ihren Körper und wenn es warm ist, strecken sie sie aus. Flamingos haben auch besondere Federstrukturen, die ihnen dabei helfen, im Wasser zu schwimmen. Sie haben dünne, flexible Federn, die wie Flossen wirken und ihnen helfen, schnell durch das Wasser zu gleiten. Sie haben auch lange Flügel, die sie verwenden, um zu fliegen. Flamingos sind ausgezeichnete Flieger und können sogar Informationen fliegen. Eine weitere interessante Tatsache über Flamingos ist, dass sie sich an ihren Nahrungsmitteln orientieren, um ihre rosa Farbe zu erhalten. Flamingos fressen kleine Krebstiere und Algen, die ihre rosa Farbe verleihen. Je mehr sie diese Nahrungsmittel essen, desto rosiger werden ihre Federn. Flamingos sind wunderschöne Tiere, aber sie haben auch natürliche Feinde, die ihnen Gefahr bringen können. Flamingos leben in freier Wildbahn in der Regel 15 bis 30 Jahre. Das ist eine ziemlich lange Zeit, aber es gibt auch viele Tiere, die Flamingos jagen und fressen wollen. Einige natürliche Feinde von Flamingos sind größere Raubtiere wie Löwen, Geparde und Krokodile. Diese Tiere jagen Flamingos und versuchen, sie zu fressen. Flamingos müssen auch aufpassen, dass sie von anderen Vögeln wie Geiern und Falken nicht gepackt werden. Zum Glück sind Flamingos auch sehr schnelle Schwimmer und Flieger und können sich vor ihren Feinden schützen. Sie können schnell davonfliegen oder im Wasser entkommen. Sie können auch laut schreien, um andere Flamingos zu warnen, wenn Gefahr droht. Flamingos haben auch andere Möglichkeiten, sich vor ihren Feinden zu schützen. Sie bauen ihre Nester in sicheren Gebieten und halten Wache, um ihre Jungen zu beschützen. Sie können auch ihre Flügel und Beine benutzen, um sich zu verteidigen. Wir hoffen, dass du nun mehr über Flamingos weißt und dass du sie schützen möchtest. Es gibt viele Bedrohungen für Flamingos, wie zum Beispiel Verlust ihrer Lebensräume und Schadstoffe in ihren Gewässern. Wir müssen sicherstellen, dass Flamingos auch in Zukunft auf der Erde leben können. Danke noch einmal, dass du dir unser Video angeschaut hast. Wir hoffen, dass du noch mehr über die Tierwelt lernen möchtest und bald wieder bei uns vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal.